Herzlich Willkommen. Mein Name ist Andreas Hopferwieser und ich bin Teamleiter Vertrieb bei der Akadon AG. Heute informiere ich Sie wieder über die neuesten Entwicklungen unserer Akadon Packaging Branchenlösung für die Holzpackmittelbranche und es ist einiges vorangegangen. Heute sehen wir uns mal an, wie einfach man vom Kundenauftrag die Daten für die Produktion fertig macht und trotzdem die Informationen immer für alle ersichtlich und aktuell hält. Heute habe ich mich via Microsoft Teams mit unserem Verantwortlichen Jens Piepers für die Kundenprojekte bei Akadon Packaging getroffen. Hallo Jens. Hallo Andreas. Ich würde gerne mehr über das Thema vom Kundenauftrag in den Produktionsauftrag erfahren. Wie schnell das geht und wie man auch immer am neuesten Stand bleiben kann, was gerade im Auftrag passiert. Ja, um den Prozess bestmöglich zu unterstützen vom Auftrag aus, ist es direkt möglich zu der Auftragsteile einen Produktionsauftrag anzulegen. Soll ich dir schnell zeigen. Ja, das wäre ganz super. Andreas, so sieht ein Verkaufsauftrag bei uns aus und wir haben jetzt hier eine Verkaufsteile mit einer beispielsweise einer Kuchenkiste. Durch die Anlage einer Variante über unseren Konfigurator ist es schnell möglich, eine individuelle Kiste anzulegen. Und im Anschluss kann direkt der Fertigungsauftrag generiert werden. Okay, das geht wirklich einfach. Und was mache ich dann mit dem Fertigungsauftrag, den ich da bekommen habe? So, jetzt haben wir den Fertigungsauftrag offen und könnten beispielsweise direkt den Fertigungsauftrag ausdrucken und der Produktion zur Verfügung stellen. Ah, das ist super. Alles weitere passiert dann in der Produktion. Ist das richtig? Danach steht der Beleg der Produktion zur Verfügung, wird bearbeitet, zurückgebucht und direkt mit einem positiven Lagerbestand versehen. Ah, das klingt wirklich einfach und schnell. Vielen Dank schon mal Jens und ich bin schon gespannt auf die nächsten tollen Features, die du uns präsentieren wirst. Gerne Andreas. Am Beispiel der Erstellung des Produktionsauftrags, der direkt aus dem Kundenauftrag mit einem Klick erzeugt wird, habe ich wieder gut gesehen, wie die neue Akadon Packaging Branchenlösung ihre Prozesse unterstützt, ihnen Zeitspann hilft, sowie Fehlerquellen minimiert. Gleichzeitig hat jeder im Unternehmen jederzeit Wissen über den Status des Auftrags. Ich freue mich bereit, Sie in Kürze über weitere neue Features unserer Lösung für die Holzpackmittelbranche zu informieren. Bis bald!